So Leute, ich unterbreche eure Palaver ja nur ungern, aber wir haben hier was zu erledigen, wir müssen die Regierung stürzen, auf geht's! So, es ist wieder Dienstag, 18.30, Schwäbisch und Marktplatz. Ich heiße euch alle zur 150-1. Herzlich Willkommen. Na, die 150 machen wir nächstes Mal. Auflagen haben wir keine zu verlesen, aber sie gelten hiermit als verlesen. Für die Neulinge unter uns, einmal bitte Hand hoch. Sei gesagt, wir haben ein offenes Mikro hier, haben wir das? Haben wir Neulinge? Nein, alles Wiederholungstäter. Seid herzlich Willkommen. Eine Wortmeldung haben wir schon. Ja, also wie gesagt, offenes Mikro, eine Wortmeldung haben wir wohl schon. Und bevor wir da anfangen damit, soll noch mal kurz daran erinnert sein, weswegen wir uns hier versammeln. Wir wollen nämlich dafür sorgen, dass in Deutschland nicht länger der Irrsinn regiert, sondern wieder die Vernunft einkehrt. Und das funktioniert nur mit einem sofortigen und dauerhaften Ende aller sogenannten Infektionsschutzmaßnahmen. Mit der sofortigen und dauerhaften Aufhebung der einrichtungsbezogenen Impfnachweispflicht. Mit dem sofortigen Ende aller Waffendieferungen in die Ukraine und mit dem sofortigen Ende aller Sanktionen, nicht nur gegen Russland, sondern gegen alle anderen auch. Wir öffnen Nord Stream 2, wir öffnen Nord Stream 1, wir lassen das blöde Öl-Embargo. Ja, all das sind Forderungen an die Bundesregierung, die sie am einfachsten dadurch erfüllt, dass sie einfach geschlossen zurücktreten. Alles Weiden hat das von meinem Leben richtig erkannt, indem sie gesagt hat, das größte Entlastungspaket, das die Bundesregierung für Deutschland machen kann, wäre einfach der Rücktritt der Bundesregierung. So, unser Motto ist ja, zurück in die Vernunft. Und da habe ich immer so ein kleines Tagesmotto, das ich immer hinterher schiebe. Und das heißt diesmal, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ja, in den meisten Fällen ist auch diesmal so. Und damit ihr mal mitbekommt sozusagen, wo der Fisch so wohnt, könnte man auch sagen, das Tagesmotto statt dem, der Fisch stinkt vom Kopf her, könnte man auch sagen, der Feind sitzt nicht in Moskau, der Feind sitzt in Berlin. Und zu dem Thema habe ich euch mal ein paar Adressen rausgesucht. Ich bin mal gespannt, ob jemand weiß, wo die dazugehören. Die erste ist die Mohrenstraße 37 in Berlin. Die zweite ist die Rochusstraße 1 in Berlin. Der dritte ist bekannter, der Werdersche Markt in Berlin, wer weiß das? Ja, da wohnen unsere Feinde, macht es euch klar. Und alle, die im Kanal jetzt mithören, Polizei, Staatsschutz, so wie sie alle heißen, da müsst ihr hingehen, da sitzen die Verbrecher. Wilhelmstraße 97, ich fang nochmal an und sag's dazu. Mohrenstraße 37 ist das Justizministerium. Rochusstraße 1 wohnt unter aller Freund im Gesundheitsministerium. Der Werdersche Markt wird sozusagen okkupiert von klein Annalena. In Alt-Moabit sitzt unsere Freundin im Innenministerium, die uns alle für irgendwo ganz weit so und so hält. Wilhelmstraße 97, Finanzministerium. Scharnhorststraße 34 bis 37, unser ganz spezieller Freund. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Und vom Nichts hat er eine Ahnung. Ja. In der Willy-Brandt-Straße ist das Bundeskanzleramt und am Platz der Republik ist der Reichstag. Und ich denke, dass diese Leute, die dort alle ihren Dienst tun, langsam aber sicher ihre Polizei, nicht ihre Polizei, sondern ihre Plätze einfach räumen sollten, damit Leute das machen können, die erstens denen Deutschland im Herzen liegt und zweitens wissen, was sie tun. Genau. So einfach ist das. Als ich die Adressen rausgesucht habe, war ich auf der Website der www.bundesregierung.de Und die Website ist irgendwie interessant und sie hat so mehrere Reiter, die man irgendwie anklicken kann. Und ein Reiter heißt Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung. Ja. Und dann wird angezeigt, leider konnten keine Ergebnisse gefunden werden. Finde ich irgendwie cool. Ja. Dass sie da Webseiten installieren, die wirklich gut gemacht sind. Und da wirst du was wissen und da gibt es keine Ergebnisse. Das ist irgendwie symptomatisch für die, also zumindest keine positiven. Ja. Negative Ergebnisse gibt es genug. Und, äh, ebenfalls auf dieser Website kann man, ähm, im nächsten Reiter gibt es einen, ähm, wie soll man sagen, ein, der hat die Überschrift Kanzlerkompakt. Und da habe ich mich irgendwie schon gleich gefragt, warum das Kanzlerkompakt heißt und nicht Kanzlerkompetent. Wäre ja auch eine schöne Anlaufgleichung gewesen. Aber wenn man geschrieben hätte Kanzlerkompetent, wäre gleich aufgefallen, dass das alles Lüge ist, was da steht. Bei Kanzlerkompakt kommt man ja vielleicht damit durch. Ich muss euch mal kurz zum Besten geben, was man da so alles finden kann. Also unter der Unterschrift Kanzlerkompakt ist da zu lesen, kein Öl aus Russland. Was tun wir für sichere Arbeitsplätze in der Raffinerie, steht. Es geht dann weiter. Im Text da steht, das Beispiel der PCK-Raffinerie zeigt, wir haben Lösungen für die Aufgaben, vor die uns der russische Krieg stellt. Das erläutert Bundeskanzler Olaf Scholz in der neuen Folge von Kanzlerkompakt und wir freuen uns alle. Wir sichern in Schwedt die Arbeitsplätze, die durch Putins Handeln gefährdet waren. Wir sorgen dafür, dass das Öl dort ankommt. Wir investieren in die Zukunft in Schwedt, Leuna und Rostock. Ja, also da muss man sich ja auch mal klar machen, der Titel, der da heißt, kein Öl aus Russland. Wir tun, also was tun wir für sichere Arbeitsplätze? Der tut so, als ob Russland den Hahn zugedreht hätte, was das Öl angeht. Das war aber die Bundesregierung. Die haben gesagt, wir wollen das alles nicht mehr haben. Dann diese Aussage, die da heißt, wir sichern für sichere Arbeitsplätze, also wir sichern die Arbeitsplätze dort. Für sichere Arbeitsplätze muss man aber nichts tun. Man muss unsichere Arbeitsplätze irgendwie sichern. Aber sichere Arbeitsplätze, für die muss man nichts tun. Die sind ja sicher. Und außerdem tut das Ganze so, wenn die das so auf diese Raffinerie in Schwedt fokussieren, als ob das nur die Arbeitsplätze in Schwedt betreiben würde. Man muss sich klar machen, die stellen dort Grundstoffe her, die praktisch alle und jeder braucht. Ja, das ist Benzin, das ist Öl, das ist Heizöl, das ist Diesel, das ist Bitumen, das sind Grundstoffe für die chemische Industrie. Und wenn die dann nichts mehr produzieren, dann sind nicht nur die Arbeitsplätze in dieser Raffinerie, sondern da sind hunderttausende andere ebenfalls, die da stehen und einfach nichts mehr tun können. Ja. Ich wollte euch bloß mal die Propaganda nahe bringen, die da auf Steuerzahlerkosten mit Steuermitteln die Bundesregierung auf der Website verbreitet, was da so alles steht. Und auch dieser erste Satz, der da heißt, wir haben Lösungen für die Aufgaben, vor die uns der russische Krieg stellt. Der Satz müsste eigentlich richtig heißen, wir haben keine Lösungen für die Aufgaben, die ohne unser Tun gar kein Thema wären. Das hat ja funktioniert vorher alles. Ja. Seit denen die Finger drin haben, funktioniert es nicht mehr, so einfach ist das. Ja. Übrigens wird auch der Krieg hier jetzt plötzlich als russischer Krieg bezeichnet. Das ist so, als ob man den deutsch-französischen Krieg 1870 als deutschen Krieg bezeichnen würde. Man vergisst dann, man lässt die andere Partei, die in dem Krieg ja auch mitmischt, einfach weg. Ja, das ist ja schließlich kein innerrussischer Bürgerkrieg dort, ne. Ja, ist ja so, ne. Der zweite Satz, den man dann noch lesen kann. Wir sichern in Schwedt Arbeitsplätze, die durch Putins Handeln gefährdet sind. Da wird wieder mit dem Finger auf jemanden gezeigt, der dafür gar nichts kann. Der hat das nicht abgedreht, das Öl. Das war unsere deutsche Regierung, die das gemacht hat. Ja. Und so ganz cool finde ich auch, wie das dann so im Einzelnen gemacht hat. Das heißt, wir sichern in Schwedt die Arbeitsplätze, die durch Putins Handeln gefährdet waren. Habt ihr das gemerkt? Man tut so, als ob man ein Problem gelöst hätte, wenn man das in der Vergangenheitsform beherstellt. Aber das ist natürlich nicht gelöst. Da sollte man den deutschen Mittel oder wer auch immer das liest noch weiter einschläfern, ne. Also, diese Website zu lesen, die ist richtig cool. Und wenn ich da gerade dabei bin, dann bringe ich das Thema zu Ende. Da geht es ja um diese Raffinerie in Schwedt. Und diese Raffinerie in Schwedt, die gehört Rosneft. Rosneft wiederum ist eine russische Firma. Und diese Firma ist jetzt unter, wie nennt man das, unter Treuhandschaft gestellt worden. Mit anderen Worten, die können nicht mehr über ihr Eigentum verfügen. Das ist also die moderne Form von Enteignung. Und die Bundesregierung behauptet, auch das ist Originalton Scholz, dass man damit die Ölversorgung oder die Kraftstoffversorgung, ne, die Ölversorgung in Deutschland sichert. Das sichert man aber natürlich nicht, weil das ist ein verarbeitender Betrieb. Die sind darauf angewiesen, dass sie von irgendwoher Öl kriegen, um das dann zu verarbeiten. Also, schon das ist wieder eine Lüge in dem, was da steht. Und dann muss man sich auch klar machen darüber, dass diese Rosneft an der deutschen Mineralölversorgung lediglich etwa 12,5 Prozent Anteil hat. Ja, das heißt, die sichern die Ölversorgung so, wie sie die Stromversorgung sichern, sich sichern, wenn überhaupt, einen kleinen Teil und lassen 80, 90 Prozent eben umgesichert. Genauso ist es hier auch. Der größere Teil nämlich, was Öl und Benzin und so angeht, der wird überhaupt nicht von Rosneft produziert. Die produzieren nur etwas mehr über 10 Prozent. Sondern der wird von Shell und BP produziert. Und dann erhebt sich natürlich die Frage, warum werden die unter Treuhandschaft gestellt? Also, ich frage mich das zumindest. Und die Sache ist ganz einfach. Weil sie eine russische Firma sind, die übrigens erst seit einem Jahr, das hat früher Shell gehört, der Rosneft gehören. Und vor einem Jahr hätten die niemals Shell enteignet auf diese Weise. Weil es eine russische Firma ist, wird das jetzt so gemacht. So läuft das hier in Deutschland. Und so läuft es eben nicht nur, was Rosneft angeht, sondern es gibt mittlerweile wieder eine neue Verordnung. Da komme ich nachher noch mal kurz drauf, weil ich euch jetzt da nicht zu viel sagen will auf einmal. Da geht es aber im Grunde darum, dass wir alle, die wir eine Heizung irgendwo installiert haben in Zukunft, diese Heizung per Gesetz oder per Verordnung überprüfen lassen müssen. Jeder Einzelne in Deutschland muss das machen. Zusätzlich zu dem, was der Schornsteinfeger da macht mit den Abgasmessungen und dem ganzen Klatsch. Alle Heizungen in Deutschland müssen überprüft werden. Und nicht nur das, es müssen auch Maßnahmen, wenn also der Überprüfer sagt, man muss das, das und das machen, dann soll jeder von euch verpflichtet werden, das auch tatsächlich machen zu lassen. Mit anderen Worten, er macht euch in irgendeiner Weise strafbar, wenn ihr es nicht tut. So läuft das in Deutschland. Euer Eigentum ist das schon lange nicht mehr. Ihr dürft es kaufen, ihr dürft dafür arbeiten. Aber was damit so geschehen hat, bestimmt ihr schon lange nicht mehr. Und ich finde, es wird langsam Zeit, dass das aufhört hier in Deutschland. Tanja sagt gerade, es hat eine passende Musik dazu, also lockern wir das Ganze mit ein bisschen Musik auf. Ich bin eine kluge Beraterin und hab meine Finger überall drin. Ich kennst jetzt die beste Strategie, gerade jetzt in der Pandemie. Ob Tagesschau oder BMI, ob Tagesspiegel oder RKI. Was ich allem rate, egal was geschieht, pack ich in ein kleines Lied. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Tränen, die Leute werden es euch abnehmen. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Schönen, ein bisschen Schönen, ein bisschen Schönen, das wünschen sie. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Täuschen und was nicht einpasst, einfach wegstreichen. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Lügen, ein bisschen Fälschen, die große Mehrheit, die merkt das nie. Ich hab einen Kunden mit der Name geheim, die Auftrag der Lauten, sie will Kanzlerin sein. Mit dem, wenn es laut ist, ist das aber recht schwer, warum empfahl ich nicht. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Tränen, die Leute werden es euch abnehmen. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Schönen, ein bisschen Schönen, das wünschen sie. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Täuschen und was nicht reinpasst, einfach wegstreichen. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Lügen, ein bisschen Fälschen, die große Mehrheit, die merkt das nie. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Fälschen und was nicht reinpasst, einfach wegstreichen. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Lügen, ein bisschen Lügen, das wünschen Sie. Hört den Händen! Hört den Händen! Übrigens können wir ihn nächste Woche live erleben hier in Schwäbisch Gmünd. Der kommt aus Dresden extra zu uns runter. Der wird im Mohart sein in Schwäbisch Hall in Heilbronn. Und er kommt auch bei uns vorbei am Dienstag. Ich freue mich wie Bolle. Also für die, ich weiß gar nicht, wer sich zu Wort gemeldet hat, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt das zu tun. Ja, der Dietmar ist mal wieder bei uns. Einen herzlichen Applaus für den Dietmar, war schon lange nicht mehr da. Ja, hallo liebe Freunde für Freiheit, Demokratie und Friede. Diese drei Worte sind für uns doch maßgebend. Frieden! Wer will nicht gern Frieden hier bei uns? Wir haben kein Interesse an Unfrieden. Der bringt doch nichts dabei. Und wir wollen diesen Frieden erhalten, nachdem wir für diesen Krieg, der hier geführt wird, sagen wir, nein, da geht uns überhaupt gar nichts an. Was das Zweite ist, dass wir nicht mehr in Freiheit leben und haben keine Demokratie mehr. Wir sehen es jeden Tag mehr, dass unsere Demokratie bestiegen wird. Und seit zwei Jahren gibt es nichts anderes, wie immer weiter Einschneidungen und Demokratie, ja, dass es nicht mehr gibt und dass es einfach verboten wird und dass sie Gesetze machen, so wie sie es wollen. Bestimmen sie über uns. Diese Arbeit muss aufhören. Wir brauchen keine Schullehrer, die von oben herab sagen, was wir als Kleine zu tun haben. Und dann möchte ich die Rede von der Sarah Wagenknecht, die war sehr interessant, und da hat sie unter ihrer Rede gesagt, wir haben in Europa die dümmste Regierung, wo es überhaupt gibt. Und wenn man das so sieht, unser Bundeskanzler kann sich nicht mehr erinnern. Ja, was ist denn da so ein Bundeskanzler? Wirecard, Geldverschwendung, Steuerverschwendung, er kann sich nicht mehr erinnern. Das ist ein Mann, der muss sofort abtreten, hat doch Demenz oder vielleicht was anderes. Aber wenn er sich nicht mehr erinnern kann, was er heute sagt oder morgen. Und das ist dann für mich kein Bundeskanzler. Und er könnte seinen Amts abgeben und er hat es auch gebrochen durch diese ganzen Corona-Maßnahmen. Ja, so ist das. Dann unser Insolvenzminister und Pleiteminister, Habeck. Der weiß ja nicht einmal, was eine Insolvenz ist. Schäm dich. Und er hat zum Wohl der Deutschen, ja, wir sollen kalt duschen. Ja, da kann er doch das einmal jeden Tag machen, kalt duschen. Was soll denn das? Das bringt doch überhaupt nichts. Und dieser Ministerpräsident von Baden-Württemberg wirkt jetzt für Waschlappen. Ja, was ist denn das für ein Ministerpräsident? Ein Waschlappenministerpräsident. Ein Waschlappenministerpräsident. So was hatten wir ja noch gar nicht. Dann muss ich noch sagen, Strobl, der macht jetzt das ganz einfach. Wir ziehen jetzt den Stecker. Ja toll. Wir ziehen von selber den Stecker, weil wir diese ganzen Stromrechnungen gar nicht mehr bezahlen können. Hat er das noch gar nicht gemerkt. Anstatt Stecker zu ziehen, soll er da hergehen und gucken, woher wir billigen Strom kriegen. Diese ganze Sache muss wieder anders gemacht werden. Und zwar muss Nordstrom 1 und Nordstrom 2 sofort aufgemacht werden. Baerbock hat doch den Amts abgelegt, dass es den Deutschen gut geht. Nein, sie hat ihn gebrochen. Der deutsche Wähler ist ihr doch egal. Sie ist eine Kriegsträberin, eine Kriegsträberpartei. Steuergelder werden verschwindet für den Ukraine-Krieg. Und was ist im Ahrtal? Da ist keine Mark übrig. Hier wird gespart und diese Steuergelder werden verschwindet in die Ukraine. Wir werden immer weiter in diesen Krieg hineingezogen. Wer will denn das von uns? Und die Feser, das ist ja auch eine tolle Person, muss ich sagen. Die guckt uns alle an als Rechtsradikale, aber vor den Islamisten zieht sie den Schwanz ein. Was ist denn das, so eine Frau, wo den ehrlichen deutschen Bürger, der jeden Tag arbeitet und seine Arbeit verrichtet, als Rechtsradikaler anguckt. Aber diese Islamisten können morden, die können Frauen vergewaltigen und Messerstechereien machen. Spielt gar keine Rolle. Diese Leute müssen sofort dieses Lott verlassen und rausschmeißen, diese Kerle. Natürlich haben wir noch ein paar so Kapazitäten und lang und rot Oktoberfest München. Habt ihr das gesehen? Was die Frauen haben, die haben dickere Oberarme wie ich. Ja, die brauchen sie ja auch. Eine Maßkrug, die wiegt was. Aber das können sie, das geht gerade noch, dass sie ein Maßkrug stemmen können. Aber alles andere, da taugen sie nichts dazu. Auch abwählen, weg mit denen. Und jetzt kommt unser Oberpanikminister Lauterbach. Er hat noch gar nicht gemerkt, dass Biden jetzt vor wenigen Tagen gesagt hat, für die USA ist die Pandemie beendet. Ich hoffe, dass dieser endlich mal aufwacht und dann sagt, jetzt ist Schluss. Aber er will uns niedrig halten und mit weiterer Maskenpflicht und so weiter, die Leute zwingen, die Maske aufzusetzen, Abstand zu halten. Das geht so nicht weiter. Was ist im Flugzeug? Ist das Flugzeug anders als die Bahnen? Im Flugzeug keine Maske. In der Bahn Maske. Das ist doch hirnverbrannt. So ein Mensch, der hat hier nichts zu suchen in dieser Bundesregierung. Und das Tolleste, was Sie jetzt beschließen, ist das Bürgergeld. Hervorragend. Arbeiten lohnt sich nicht mehr. Ja, warum? Warum? Wenn Sie sehen, wenn zwei Personen mit zwei Kindern, ich sage jetzt nicht einmal viel, circa 1500 Euro im Monat bekommen, plus Heizkosten und Miete bezahlt. Wer von den Arbeitnehmern kann sich denn das vorstellen, dass man diese Leute unterstützt? Also jetzt ist es so weit gekommen, dass wir vom sozialen Marktwirtschaft zum Sozialstaat für die ganze Welt geworden sind. Und Arbeiter und Rentner, Arbeiter und Rentner, die bekommen, wenn sie alle Abzüge weg haben, vielleicht noch, sage ich mal, 2000 Euro. Darauf müssen Sie jetzt Ihre Heizkosten bestreiten und Ihre Wasserrechnungen und Stromkosten. Was bleibt denn dort noch übrig? Ich hätte hier noch ein Beispiel. Ich habe heute mit einer Bäckersfrau gesprochen und zwar bei uns in der Gegend. Und da habe ich sie gefragt, wie es aussieht mit dem Bäckerhandwerk, mit dem Backen und so weiter, finanziell, ob sie über die Runden noch kommt. Hat sie mir gesagt, Gott sei Dank habe ich noch einen Holzofen, dann kann ich den noch nehmen und dann noch mit Öl und so weiter. Und dann kann ich noch die Abwärme benutzen, damit ich noch halbwegs über die Runden komme. Ja, ist das der Sinn? Ein Bäckerhandwerk und wenn das Brot mal 10 Euro kostet oder eine Dose Schinkenwurst, sage ich mal, vielleicht 15 Euro. Wo kommen wir da hin? Wer soll denn das noch bezahlen? Ich habe nichts gegen Flüchtlinge. Aber wenn die Flüchtlinge von der Ukraine sofort Hartz IV bekommen, wer soll denn das bezahlen? Das bezahlen doch wir alle, die hier auf dem Marktplatz stehen und alle, die jeden Tag arbeiten. Ja, das kann es doch nicht sein, dass man denen den Hintern vergoldet. Man muss doch sagen, hier muss etwas gespart werden, wenn sie schon hier sind und wir diese aufnehmen. Dann können wir doch nicht hergehen und sagen, der kriegt Hartz IV. Und Hartz IV ist doch ziemlich viel für einen Flüchtling, der von der Ukraine kommt und der hat nicht einmal im Monat 400 Euro in der Ukraine. Und hier bekommt er gleich so viel. Es kann so nicht weitergehen, wir müssen hier jetzt gucken, dass wir diese Regierung wegbringen, dass wir zusammenstehen und uns diese Regierung, die eigentlich gar keine ist, sondern das ist für mich ein Kindergarten. Und mehr ist es nicht. Ein zusammengewürfelter Haufen, der keine Ahnung hat von Marktwirtschaft, überhaupt keine Ahnung hat vom Geld, sondern nichts gelernt und solche sitzen in Berlin. Und diese brauchen wir nicht. Wir brauchen richtige Leute, die dieses Land führen. Vielen Dank, Dietmar. Was mir dazu einfällt, die Ukrainer brauchen das Hartz IV, weil die müssen die Flixbusse bezahlen, um ständig in Urlaub zu gehen. Und auch, was auch ist mit dem, weil du gesagt hast, Flieger und Zug, was da der Unterschied ist. Der Unterschied ist, dass viele ausländische Fluggesellschaften bei uns auch starten und landen und keine Maskepflicht haben. Und die Lufthansa Maskepflicht oder die andere deutsche Fluggesellschaften, die gibt es denn da noch? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall sind sie nämlich konkurrenzfähig. Aus dem Grund hätte ich das so gemacht. Und der letzte hat mir auch eine Mutter gesagt, sie zwingt jetzt ihre Kinder kalt zu duschen und sagt dann jedes Mal, die Grünen sind schuld. So kann man die Kinder auch erzielen, das Richtige irgendwann mal zu wählen. Genial. Also das ist ja genial. Was anders. Ich habe heute Morgen eine Nachricht gekriegt von einer Erzieherin. Ich sitze im Stadtgarten bei einer Fachtagung. Herr Baron erzählt von mindestens 200 Menschen, dass er beim Weltkindertag eine Diskussion mit Querdenkern von der Dienstagsdemo hatte. Und dass er mit diesem versucht hat, einen Weg zur Kommunikation und einen gemeinsamen Weg zu finden. Es war aber nicht möglich. Wer dabei war, war Ute, Conny und ich. Ja, hallo. Conny hat, ähm, Ute erzählt was dazu, genau. Ja. Das ging so los, dass ich wusste gar nicht, wer er ist. Wer noch? Ähm, ich wusste leider nicht, wer er ist oder Gott sei Dank, egal. Ähm, und es ging so los, dass er sagte, er bedankt sich bei den Kindern, dass sie die Pandemie so gut mitgemacht haben. Ja, da kriege ich dann immer eine ziemliche Krawatte. Ich schaffe nämlich mit Kindern und dann bin ich hin, also nicht laut während der Veranstaltung, sondern beiseite und habe ihm gesagt, ob er eigentlich weiß, wie es den Kindern geht. Und die Überlebensstrategie von Kindern ist immer, sich anzupassen. Die Kinder hatten keine Wahl. Die mussten dadurch, ja, chancenlos, ja. Und dann habe ich ihm erzählt, wie groß der Bedarf ist an Logopädie. Also ich habe, meine meisten Gruppen haben zu fast 45, äh, 45, nee, Moment, 75% Logopädiebedarf. 75% der Kinder, heute habe ich mit einer Gruppe angefangen, 100% Logopädiebedarf, ja. Aber die kriegen alle keine Plätze. Die kriegen einfach keine Plätze, weil die Wartelisten elend lang sind. Nach wie vor ist es so, dass die Therapieplätze für Kinder einfach nur noch für die schwer selbstmordgefährdeten Kinder zugänglich sind. Für die anderen gibt es überhaupt keine Plätze. Und dann sagt er, danke schön, dass ihr so gut mitgemacht habt. Und dann entspannte sich eine Diskussion, dass ich dann gefragt habe, wo er denn so seine Sachen her hat. Ja, sie haben dann irgendwann beschlossen, sich dem RKI anzuvertrauen und die Sachen zu machen. Darauf habe ich gesagt, haben sie die Lageberichte gelesen? Ja, er hätte sie überflogen. Da sage ich dann, schade. Denn im Juni 2020, entweder war es der 14. oder 24. Juni, stand im Lagebericht auf der letzten Seite, dass in den Sentinel-Centern in KW 16 keine Influenza mehr festzustellen war und in KW 17 2020 kein SARS-CoV-2. Das steht da drin beim RKI. Nicht nur, dass es das Phänomen der Wiederauferstehung gibt beim RKI, also wenn man sich die Fotostatistiken da anguckt, das steht da drin. Ebenso stand auf einer Seite, auch auf einer letzten Seite, dass eine hohe Dosisgabe von Vitamin D schützt vor einer Infektion. Das steht drin beim RKI, dem man sich anvertraut hat, was man aber nicht gelesen hat. Das war so das Gespräch mit Herrn Baron. Wir haben ihm dann einen runden Tisch angeboten, der kam dann wieder mit den Bildern von Bergamo und, und, und. Aber man muss doch langsam wissen, dass das alles getürkt war. Und wenn man dieses Framing sieht und dieses einseitige Berichterstatten, müssen einem doch irgendwann mal einleuchten, dass da was anderes kocht. Ja? Ist nicht dran zu denken. Und dann habe ich in der Tat gesagt, ganz klar, hier in diesem Land gibt es keinen einzigen Verantwortlichen, der so viel Rückgrat hat, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, wir haben Mist gemacht. Gerade in Bezug auf die Kinder haben wir Mist gemacht in diesem Land. Nachdem ich dann das Bild, Tanja hat mir das dann geschickt, ich habe das dann gelesen, habe ich gedacht, klar, die können mit uns nicht reden. Wir würden ja mit ihnen reden. Also auch ich würde mit ihnen diskutieren, nach wie vor. Aber die können mit uns nicht reden. Denn sie haben keinerlei Fakten auf ihrer Seite. Sie sind nicht bereit, sich den Tom Lausen anzuhören. Und das kennen sie alles nicht. Ja? Also von daher, nicht nur der dicke Fisch stinkt am Kopf, auch der kleine. Wenn die mit uns wirklich reden würden, dann müssten sie zugeben, dass sie in ihrem Amt versagt haben. Genau. Und müssten alle, auch die Kommunalpolitiker, müssten sofort zurücktreten. Und deshalb wird es mit denen kein Gespräch geben. Und ich sage mittlerweile, ich verschwende meine Energie nicht mehr daran. Ich kümmere mich um meine Kinder und gucke, dass ich da noch was richte. Vielen Dank, das sind wir zur Info. Ja, also es war echt enttäuschend, das heute so mitzukriegen, nachdem man mit uns da am Wochenende gesprochen hat. Und wir haben auch gesagt, dass man die ganze Spezialistenexperte an den Tisch setzen soll. Da sehe ich da, ja, das gibt ja viele. Da sage ich ja, aber es wäre gut, paritätisch an den Tisch zu setzen. Dann können sich alle Menschen eine eigene Meinung bilden. Aber das hören die gar nicht, gell? Das ist faszinierend. Ja, jetzt haben wir nochmal eine Wortmeldung. Alex? Gibt es heute jemanden, der zum ersten Mal da ist? Hallo miteinander. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, am Samstag ist das Oktoberfest eröffnet worden. Wie die Leute dann reingesprungen sind. Ich habe gedacht, die rennen von dem Russen davon oder von der neuen Virusvariante. Und da gelingt dem Staat oder dem System wieder etwas von etwas anderem abzulenken. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir gehen zehn Tage in die Zukunft. Am 1. Oktober, da patrouilliert die Bundeswehr mit Waffen und Fahrzeugen bei uns auf der Straße. Weiß das jemanden? Ja? Also, ähm, jetzt gucken wir mal davon aus. Bundeswehr, wo ich bei der Bundeswehr war, waren wir 15 oder 18 Monate, da wir ausgebildet waren und danach wieder gegangen. Jetzt, das ist ein Söldner her, das wir haben auf der Straße. Ja? Und die fahren drum, um die Bürger Deutschlands mit ihrer Präsenz abzuschrecken, Angst und Schrecken zu versetzen. Und mit ihrer Waffe gewählt, wenn es spannend, uns unter Kontrolle zu bringen. Ja? Und da darf man nicht vergessen, wie gesagt, das sind Söldner. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen, da war ein Deutscher dabei, da sind die automatische Waffen dabei. Also da macht es nicht peng, peng, sondern da macht es drrt. Ja? Und da brauche ich jetzt nicht eine Leute, wenn da aus Versehen einer den Wahlhebel nicht auf Einzuschuss, sondern auf Automatik hat. Und der dreht durch, wenn es losgeht. Dann macht der Rücken, dann fallen wir alle um, so wie man da standet. Ja? Zum Vergleich, 2015 hat Bundeswehr das nicht mal nachgekriegt, Personalien der Migranten aufzunehmen, geschweige denn die Grenzen unseres Landes zu schützen. Und jetzt, jetzt kriegen sie auf Befehle, da wird das erweitert, dass sie praktisch Deutschland innerhalb Deutschlands agieren dürfen. Und wenn sie einen Schießbefehl kriegen, müssen sie den ausführen, weil sonst brauchen sie da nicht rumfahren. So. Und warum machen sie das? Oder für was ist das eröffnet worden, dieses interne Reglement? Damit man die Feinde der sogenannten staatlichen Liete aus der Kraft setzen kann oder Schachmatz setzen kann. Jetzt stellt euch mal das Szenario vor. Wenn es im Herbst oder im Winter reingeht und die Leute frieren und gehen auf die Straße, was passiert dann, wenn die Bürger Deutschlands auf die Straße kommen? Da mache ich jetzt keinen Unterschied in der Herkunft, Rasse oder Religion. Die gehören alle in Deutschland her. Dann haben wir einen schießwürdigen Karbau unter denen bei der Bundeswehr oder von der Einsatzpolizei. Da mal, wenn man verschossen wird, was ist dann los? Dann haben wir einen Bürgerkrieg hier im Land. Und das ist meiner Meinung nach das gesetzte Ziel von den Zionisten und Faschisten in der Landesregierung und dem Bundestag in Berlin. Das ist meine Meinung dazu. Und viele in unserer Gesellschaft, die haben dieses perfide und perverse Spiel der Bundesregierung und der Landesregierung noch nicht durchschaut. Ich hoffe nicht, dass meine Gedanken richtig sind und dass es soweit kommt, aber wir werden sehen, was passiert. Danke. Danke, Alex. Es waren ja in den letzten zwei, halb Jahren viele Sachen, wo wir gesagt haben, das kann nicht kommen, das kann nicht sein, das gibt es doch gar nicht. Jetzt warten wir, ob sowas auch zutrifft. Ich vermute es mal nicht, also ich hoffe mal nicht, aber man schaut mal. Okay. Ja, zu dem Thema fährt man gerade ein, dass wir vor mittlerweile über einem Jahr mal eine Demo in Alfdorf oben gemacht haben. Und das kommt jetzt ein klein wenig überraschend, aber ich hatte für die Demo in Alfdorf was vorbereitet gehabt. Und da ging es darum, dass in Deutschland die Waffengesetze geändert worden sind. Und zwar ist es so, nach meiner Erinnerung, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe, dass quasi die Gesetze dermaßen oder derart geändert worden sind, dass im Grunde jeder Beamte in Deutschland, also auch wenn er Finanzbeamte ist oder sonst was, quasi eine Waffe zugeteilt bekommen kann. Und es ist auch so, dass die Ausstattung derer, die Waffen tragen dürfen, geändert wurde. Im Grunde gibt es in Deutschland irgendwie so zwei Sorten von Waffen, solche, die genehmigungspflichtig sind. Wenn man die tragen will, braucht man eben eine Genehmigung dazu und andere, die nicht genehmigungsfähig sind, im Grunde genommen, weil es Kriegswaffen sind. Und diese nicht genehmigungsfähigen Waffen, die dürfen nun plötzlich praktisch in der Polizei und überall eingesetzt werden. Die Leute dürfen diese Waffen haben. Es muss nicht klar sein, wie die ins Land kommen. Auch wenn amerikanische Geheimdienste oder irgendwas kommen, können die Waffen mit ins Land bringen, die nirgendwo deklariert werden müssen. Also hier wird schon dafür gesorgt, dass man Waffen im Zweifelsfall einsetzen kann. Und ich habe auch die Befürchtung, dass vieles nur darauf abzielt, dass man eine Entschuldigung dafür hat, wenn man die Leute nämlich so zur Weißblut treibt und so in die Verzweiflung treibt, dass man irgendwann eine Rechtfertigung dafür hat, die Waffen eingesetzt zu haben. Man muss dazu nämlich auch wissen, dass es eine EU-Verordnung gibt, ich glaube, es ist eine Verordnung, kein Gesetz, eine Verordnung, bin ich nicht sicher, nur in der drinsteht, wann tödliche Waffengewalt angewendet werden darf. Das ist zum Beispiel in Nothilfe, wenn man jemand anderen damit das Leben rittet, der dann irgendwie rechtswidrig angegriffen wird, beispielsweise sowas ist da drin. Und das ist eben auch drin, seit Neuestem, dass so etwas auch zur sogenannten Aufstandsniederschlagung erlaubt ist. Was ein Aufstand ist, das definiert praktischerweise immer derjenige, der diese Verordnungen schreibt, nämlich irgendwelche EU-Bürokraten machen das. Und die machen das, weil sie es von der EU-Kommission oder von Regierungen so gesagt bekommen. Am Ende definieren die darüber, wann Schusswaffen eingesetzt werden können und wann ein Aufstand stattgefunden hat und wann nicht. Also, was er hier gesagt hat, hat einen leider ganz brutalen, realen Hintergrund und ich habe die Befürchtung, das wird noch so weit kommen hier. Betretenes Schweigen, ja, die Sache ist leider furchtbar ernst. Ich glaube nicht, dass diese Leute freiwillig aufhören werden damit. Ja, man muss klar sagen, alles was sie hier machen, hat die bisher nicht von ihrem Generalkurs abgebracht. Die machen weiter. Ja, das muss man leider, muss man das so anerkennen, selbst wenn wir das ein oder andere verzögert haben oder nicht ganz so schlimm gekommen ist, dieser Plan steht. Und um nochmal zurückzukommen auf Dietmar von gerade, der die Bäckereifrau angesprochen hat, die gesagt hat, sie sei froh, dass sie noch einen Holzofen habe. Da habe ich eine schlechte Nachricht. Die letzte oder die neueste Idiotie, die da auf den Weg gebracht wird, ist, dass die EU-Kommission Holz nun nicht mehr als nachhaltigen Brennstoff ansieht. Mit anderen Worten, bis 2030 soll das Heizen mit Holz verboten werden. Das muss man sich mal reintun. Bis dahin sind die weg. Bis dahin sind die weg, werden wir es hoffen. Aber alleine eine solche Idiotie tatsächlich sich auszudenken, zu Papier zu bringen, in eine EU-Verordnung zu gießen, die zwar irgendwie noch jetzt beschlossen werden muss, aber das war sowieso immer reine Formsache, dass man tatsächlich sagt, ihr dürft nicht mehr mit Holz heizen. Während man ein Jahr vorher und zwei Jahre vorher noch Holzpilletheizungen und alles gefördert hat, mit Steuergeldern natürlich. Und wenn das so kommt, dann ist das wieder eine Steuergeldvernichtung, weil das Zeug jetzt alles wieder rausreißen kann. Und eine andere Sache, weil Tanja vorhin noch die, oder auch er hat es gesagt, die Versorgung von, die Luxusversorgung von Flüchtlingen, die hier sofort Hartz IV und alles kriegen, hat die Tanja die Bemerkung gemacht, ja die Flixbusse sind ausgelastet. Habt ihr mitbekommen, was da läuft? Erzähl! Erzähl, okay. Ja, ich frage halt immer, ich will euch ja nicht langweilen. Die Nummer ist die, dass die Flixbusse nach Kiew total ausgebucht sind, und zwar über Monate, Wochen und Monate im Voraus. Und die sind nur aus einem Grund ausgebucht, weil die Flüchtlinge, die hierher gekommen sind, nun alle wieder zurückfahren. Und zwar nachdem sie hier alle möglichen Unterstützungen beantragt haben und natürlich auch bekommen. Ja, und dann fahren die daheim, fahren die wieder heim und lassen sich daheim mit deutschem Steuergeld das Konto auffüllen. Weil unsere Behörden tatsächlich denken, wenn sie diese Leute anschreiben, dann hätten sie damit einen Nachweis, wenn dann irgendwann da auf ein Anschreiben reagiert wird, dass diese Leute noch in Deutschland sind. Die haben noch nicht mitbekommen, dass man hier heutzutage irgendein Dokument in einer Sekunde über alle möglichen Kanäle rund um die Welt schicken kann. Da muss ich doch nicht daheim hocken. Da brauche ich nur hier jemanden, der das Scheißding einscannt und wegschickt. Das ist alles, was ich hier brauche. Und so wird in Deutschland das deutsche Steuergeld, also man kann es mit Worten bald nicht mehr beschreiben, was hier alles läuft in diesem Land. Also wir sind uns einig, diese Regierung muss weg und zwar sofort. Das ist eine Musik. Und du musst nicht mit der blöden Masse laufen und dich dann noch machen wollen. und du hast jetzt auch eine Liebe, dein Hinterbeinstadt auf ein Bier. Du musst nicht, und das weißt du selber ganz genau, denn irgendwann sind die Jahre grau. Und wie du lebtest, interessiert an keine Sau. Jetzt ist Schluss, was man muss auch. Es ist auch für jemand Brust, geht dem ganzen Stuss, dann steht's fest. Und du musst nicht jede Rechnung gleich begleichen Am Ende denkt nur einer, die gehört es zu den Reichen Du könntest noch ein bisschen warten, bis sie selber auf der Matte stehen Und du musst nicht in deiner kalten Lode sitzen Während die da oben mit dem Hör verbrennen, schwitzen Du könntest mit uns zusammen auf die Straße gehen Du musst nicht, und das weißt du selber nur so gut Am Anfang hast du das vielleicht besser gut Doch du bestaun, wie viel Kraft in mir ruht Ohne zu Schluss, was man muss so Du solltest auch vielfach losgehen, den ganzen Schluss Und das schützt es Soğuz faites Säkle 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 Und du musst dich länger mit der Maske queren, nur bei Gott verdammt die Lobbyisten erst befehlen, Sorge, dass sie selber dran ersticken sollen. Und du musst dich unter den Regenbaum teilen, sieh'n ganzes Stille, Und du musst dich unter den Regenbaum teilen, sieh'n ganzes Stille, und du kannst dich nicht, wie sie dich freuen. Und du musst nichts, und das weißt du selber insgeheim, Es gibt'n Wort, das könnte hilfreich sein, das lautet schlicht und einfach. Herr Sommer, seid ihr dem Falle bescheuert, was wollt ihr denn von mir? Geh' zurück in die Löcher, aus denen ihr gekrochen seid. Hört mich alle mal, denn jetzt ist Schluss mit ihm, was man muss sagen. Er sucht es auf jeden Fall draus gegen den ganzen Stoß, bei den Amtschatzbuss. Aber jetzt ist Schluss mit dem, was man muss, so. Sollte es auf jeden Fall draus gegen den ganzen Stoß ein und am Schatzbuss. Was auch noch gute Möglichkeit ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wie die Montagsspaziergänge gerade, besonders im Osten, wahnsinnig Zulauf bekommen. Habt ihr das mitgekriegt? Ja! Ja! Genau. Also das ist auch eine Möglichkeit, sich zu wehren. Also, hier steht's fern irgendwo aufzurufen, aber frische Luft zu schnappen irgendwie abends in der Städte, ist doch ganz nett, oder? Dann noch was organisatorisches. Ich habe in der Gewirdecker-Kanal und in der Marktplatz-Kanal die Pulli und T-Shirts mit den Edelschwoblern reingestellt. Ich habe eine Liste hier, wer da was haben möchte, von denen kommt nachher einfach zu mir, dann kann ich die bestellen oder dann kann ich das aufschreiben. Und was wir noch haben, der Peter bringt immer den demokratischen Widerstand mit. Das ist die neueste Ausgabe, die habe ich heute auch zugeschickt gekriegt, also könnt ihr euch nachher gern wegnehmen. Ja? Ich habe euch ja vorhin in einem Nebensatz von dieser neuen Verordnung erzählt, die uns zum Heizungscheck zwingen soll. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Diese Verordnung hier hat einen Namen, der tatsächlich über die ganze Seite rüber geht. Ich versuche mal das zusammen zu bekommen. Sie heißt Mittelfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Solche Wörter gibt es nur im Deutschen. Ja, also, diese zweite Energiesparverordnung umfasst mittelfristige Maßnahmen und soll ab dem 1. Oktober 2022 gelten. Sie ist auf zwei Jahre angelegt und bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates. Das ist wie immer nur eine Formsache. Ein Punkt, der viele Millionen Privatpersonen betrifft, ist die Pflicht zur Heizungsprüfung. Alle Eigentümer und Eigentümerinnen von Gebäuden mit Gasheizungen müssen in den nächsten zwei Jahren einen Heizungscheck durchführen. Wichtig! Neben dem Check ist man auch verpflichtet, Optimierungen ausführen zu lassen. Dann soll erreicht werden, dass mehr Gasheizungen effizienter arbeiten. Ja, ich spare mir den Rest, weil es auf genau das hinausläuft, worauf es immer hinausläuft. Euch wird die Verfügungsgewalt über euer Eigentum einfach genommen. Ihr könnt nicht mehr selber entscheiden, wann ihr was macht und ob das euch gerade reinpasst. Oder ob für euch jetzt nicht gerade, sozusagen, was auch immer, neue Klamotten für die Kinder wichtiger gewesen wären. Ja, das nimmt man euch alles aus der Hand. Und dazu fällt uns gerade wieder ein, was die Ronja letztes Mal dazu gesagt hat. Und das heißt, ein Scheiß muss ich! Das funktioniert nämlich nur ganz genau so lange, solange die Leute mitmachen. Was will denn ein Scholz machen, wenn der sagt, ich mach's nicht? Und wenn wir das alles sagen, was will er denn tun? Ja? Also, wie gesagt, im Zweifelsfall einfach erinnern, ein Scheiß muss ich. Ja? Macht's einfach nicht mit. Also, wie er auch mitgekriegt hat, werden ja die, die den Mund aufmachen, was sagen und, ja, dagegen was unternehmen wollen, immer wieder drangsaliert. Und der Paul Brandenburg hat da was ziemlich gut zusammengefasst, weil wieder mal bei einer, was gar nicht Musikerin ist, glaube ich, eine Hausdurchsuchung gemacht wurde. Und das geht an alle Polizisten. Die Polizei hat zum zweiten Mal die Hamburger Senderin und Moderatorin Lina Malaika frühmacht. Die zweite Hausdurchsuchung in halb weniger Wochen. Diesmal lautete der Vorwurf Volksverhältnis. Liebe Richter, Staatsanwälte und Polizisten, die daran beteiligt waren, könnt ihr noch mit euch leben? Ihr terrorisiert mit Mitteln des Rechts Kritiker dieser Regierung, mit an den Haaren herbeigezogenen Gründen. Und schreckt nicht davor zurück, sie brutal zu überfallen, ihr Eigentum zu klauen und selbst ihre Familien einzuschüchtern. Wie kann man mit sich leben, wenn man gegen all das verstößt, für das man angeblich einmal angetreten ist, das zu verteidigen? Wahrscheinlich ist es nicht mal das Schlimmste, damit jetzt in diesem Augenblick zu werden. Zu viele Leute schlagen euch auf die Schulter und gratulieren euch, dass ihr artig Befehle befolgt habt. Aber fragt ihr euch vielleicht in einer rücken Minute mal, wie das in ein paar Jahren aussieht, wie ihr mal eure Kinder anschaut oder Freunde und Bekannte? Ja, das war zwar leider ein bisschen leise, aber der fragt dann die Polizisten und die Staatsanwälte und alle, die da dranhängen, ob die sich wirklich morgens noch im Spiegel anschauen können. Genauso geht es mit Michael Ballweg, die, die den anklagen oder da versuchen jetzt mit Briefen und Spenden aufrufen, also die, die gespendet haben, das muss man sich mal durchlesen. Da wird vorher erst mal irgendwie erzählt, dass es ein totaler Verbrecher ist und dann werden erst die Fragen gestellt. Es ist einfach nur unglaublich und der sitzt seit Juni in Haft. Das ist unglaublich. Und unser Bundeskanzler, was der Henker wie viele Millionen veruntreut hat und sich nicht mehr erinnern kann, ist Bundeskanzler. Also unglaublich, unglaublich. Ja, ihr könnt mich vielleicht noch trotzdem Ulrich Mies zu Wort kommen lassen. Das ist ganz kurz, aber knackig. Das haben dann viele auch von denjenigen, bei denen es anfängt zu kriseln, noch nicht verstanden. Sie müssen selber aktiv werden. Genau. Da kommt nicht jemand nach Hause und sagt, du, ich bin jetzt dein neuer Freund und können wir uns mal darüber unterhalten und ich finde es ja alles genauso scheiße wie du. Nein, du musst selber aktiv werden. Genau. Und das ist das vielleicht für viele, auch die immer in abhängig beschäftigten Strukturen gearbeitet haben. Neu, ihr müsst selber aktiv werden. Ihr müsst euch jetzt in dieser katastrophalen Zeit, wenn ihr denn sowas wie Demokratie haben wollt, auch als Demokraten bewähren und Demokrat sein heißt, aktiv werden und vor allem den Herrschern kein Wort zu glauben, den sie verdienen lassen. Ja, den Herrschern kein Wort zu glauben, das ist der erste Weg aus dieser ganz klaren Sackgasse heraus. Deswegen heißt unser Motto hier auch, wir müssen unbedingt wieder zurück in die Vernunft. Das kann gar nicht sein, dass man diesen grün-linken Ideologie-Schwachsinn einfach weiter mitmacht. Und ich verstehe wirklich auch nicht, wie es diese Splitterpartei, mehr sind sie nämlich nicht mit ihrem 12% Stimmenanteil oder was, wie die das tatsächlich fertig bringen konnten, dass mittlerweile alles nach deren Pfeife tanzt. Ich habe letztes Mal schon gesagt, wir brauchen hier ganz dringend eine wirklich tiefgreifende Entgrünifizierung, das geht nicht anders. Dieses Gedankengut muss raus aus den Köpfen oder der Leute. Es muss einfach raus. Die Leute müssen auch endlich begreifen, dass beispielsweise Umweltschutz, gegen den man vernünftigerweise kaum etwas haben kann, nicht dasselbe ist wie Klimaschutz. Mit Klima wird ein Phantom geschützt. Und falls es noch nicht jemand, also erstens ist es dieser ganze CO2-Hype, den die Grünen da machen, es gibt bis heute keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass das Ganze so ist. Das sind alles Hypothesen, das sind Modellrechnungen und bei jedem Computermodell kommt das am Ende raus, was der Programmierer will. Das ist doch ganz einfach. Wir haben mit diesem ganzen Klima-Quatsch, der ja der Motor dieser ganzen Geschichte ist, das muss man sich ja mal reintun, was aufgrund dieser angenommenen CO2-Schädlichkeit und der angenommenen Welterwärmung und was nicht alles, was da alles gemacht worden ist. Wir haben mittlerweile hier in Deutschland ein Gesetz, das, obwohl die Spritpreise und alles die Energie teuer ist, wie sie noch nie war, zum Jahreswechsel wieder die nächste Stufe zünden wird. Da wird die Energie, also die Tonne CO2, wieder, das war von 35 auf 40 Euro, bepreist, wie das genannt wird. Da wird der Liter Sprit dann nochmal um mindestens 10 Cent teurer. Nur, weil man annimmt, dass das Ganze irgendwie für das Klima gut wäre. Wobei, wenn Deutschland aufhören würde mit diesem ganzen Scheiß, würde es keiner merken, weil China in einem halben Jahr mehr macht, als wir sparen können. Das ist alles vollkommener Blödsinn. Und dieses kleine Gedankengut, das muss einfach wieder raus aus den Köpfen, das muss raus aus den Schulbüchern, das muss raus aus den Zeitungen. Das kennen Sie. Ja, das kennen Sie auch nicht. Das ist alles nur darauf abgezielt, die Leute mit irgendwas zu beschäftigen und zu machen, damit man nicht merkt, was im Hintergrund da von der Agenda abläuft. Und diese Agenda, die da abläuft, heißt ganz einfach, wie sagt Klaus Schwab, du sollst nichts mehr besitzen. Und der wird Recht behalten, weil bis ins Jahr 2030 hält das keine Bevölkerung durch. So viel Reserven hat kein Mensch, dass er diesen Schwachsinn 10 Jahre lang oder jetzt noch 7 Jahre lang bezahlen kann. Du wirst im Jahre 2030 nichts mehr besitzen, weil sie bis dahin alles genommen haben werden fürs Klima, damit irgendwelche Leute in 300 Jahren ein bequemes Leben haben. Das ist die Agenda, die dahinter steckt. Diese ganze Bedrohung wird immer ganz knapp hinterm Horizont gehalten. Das ist die Strategie, die die da machen. Du wirst nichts besitzen und die Eliten werden glücklich sein. Die Eliten werden glücklich sein, so sieht es aus, genau. Also, ja, wie immer bin ich mit den Grünen noch nicht ganz fertig. Ich bin da über eine Sache gestolpert, der so aus dem Alten Testament, wo Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat. Ja, auch aus nichtigen Beweggründen. Und dann hat der liebe Gott ihm ein Keinsmal aufgedrückt. Und dieses Keinsmal, niemand weiß genau, was das ist und wie das aussieht, aber es ist eben jetzt mittlerweile ein geflügeltes Wort. Das sollte eben ein Zeichen von Kains Schuld sein. Aber, nicht nur das, es sollte ihn gleichzeitig schützen davor, dass er von seinen Mitmenschen, dass er von denen gelünscht wird. Es sollte ihm ein sorgenfreies Leben ermöglichen, ein gewaltfreies Leben, bis Gott ihn eines Tages richtet. Und ich finde, ein paar unserer Obergrünen brauchen auch ein solches Keinsmal. Wirklich wahr, ich finde das so. Und ich finde auch, dass diese Herrschaften namens Habeck, Lang, Baerbock, Nuripur, wie heißen sie, Öztemir, Kretschmann, auch ein Boris Palmer in Tübingen, dass die alle beim Namen genannt werden müssen. Alle, die diesen Quatsch und diesen Schwachsinn mitgemacht haben, müssen beim Namen genannt werden und auch die Namenlosen bis runter in die Kreistäge, in die Stadtäge, bis alle heißen. Die machen alle diese Agenda mit und für meine Begriffe haben die keine Ahnung, wovon sie reden. Ich habe so eine Erinnerung, dass letztes Jahr beim Bundestagswahlkampf habe ich ein bisschen mitgeholfen auf ein paar Wahlständen und eine ganz besonders coole Nummer war immer, wenn nebendran der grüne Wahlstand war. Da war nur meine Lieblingsfrage, wie hoch ist denn so der CO2-Anteil in unserer Atmosphäre, konnte keiner beantworten. Die hatten keine Ahnung, was sie da tun. Deswegen müssen wir es hinkriegen, dass dieser grüne Gedankenmist rauskommt aus den Köpfen, vor allem aus unseren Kinderköpfen rauskommt. Und die Nummer mit dem Duschen vorhin, die da hieß, du musst kalt duschen, ich bedanke dich bei den Grünen, oder wie war das denn? Die Grünen sind schuld. Die Grünen sind schuld. Das ist ja das Beste überhaupt. Ja, genau so müssen wir das machen. Übrigens zu den Grünen, ich weiß nicht, was ihr mitgekriegt habt. Letzte Woche in Ellbangen und Kralsheim. Voll geil. Ohne Scheiß. Also die, die da waren, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und auch der Steffen mit seinem LKW oder Lasterle, was er danach gefahren hat. Also Hut ab, super Aktion. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Weil die Grünen da ein bisschen dunhäutig sind, würde ich jetzt mal sozusagen in der indirekten Rede zitieren. Ein SPD-Abgeordneter hat mit Blick auf Ricarda Lange gesagt, wie ist das? Früher waren dick und doof zwei Personen. So, das war's ja heute. Ich hab nur eine kleine Geschichte. Ich hab nur eine kleine Geschichte. Und zwar waren wir in Köln im Februar, glaub, und haben da einen Umzug gelaufen, also einen Demo-Umzug. Und da hab ich jemanden kennengelernt, der ist Pianist, und der hat mir eine Geschichte geschickt. Die würde ich dann laufen lassen, die finde ich richtig gut. Und danach hat er auch einen Song gemacht, wo ich dann als Abschluss-Song laufen lassen würde. Das ist ja das Gute, man kommt in ganz Deutschland rum. Viele von uns gehen auf viele Demos auf ganz Deutschland. Und man lernt lauter super Leute kennen, gell? Also, wirklich wahr. Ich hab vor allem auch bei Wochen eine Geschichte geschrieben. Diese ganze Zeit inspiriert mich sehr musikalisch und manchmal auch zu reinen Texten. Und der folgende Text von mir heißt Blau ist Blau. Stell dir vor, du lebst in einer Gesellschaft, die sich einig ist über Farben. Blau ist Blau. Weiß ist Weiß. Und so weiter. Du warst eines Teils auch. Und alle TV-Sender weltweit fangen an, eine Kausalkette herbeizudichten, die Stück für Stück dazu führt, dass scheinbar deine gesamte Umgebung umerzogen wird. Und ein Jahr später schon glauben fast alle deine Artgenossen um dich herum, dass Braun Blau sei. Als ob es schon immer so gewesen sei. Doch dazu wirst du von Artgenossen, deren Idee das Ganze noch nicht mal war, auf das Übelste angefeindet und böse angezischt, du letztlich zum Staatfeind erklärt, wenn du noch einmal behauptest, dass Blau Blau sei. Worüber sich ja mal alle einig waren. Sogar in einige öffentliche Einrichtungen kommst du nicht mehr rein für einige Zeit, ohne dass du dich selbst verändert hättest. Wie fühlst du dich? Du läufst ein paar Mal vor die Wand, indem du zu jedem deiner Artgenossen noch sagst, dass Blau Blau bleibt. Dann merkst du schnell, dass es dir die Kraft raucht und du anfängst zu schweigen und mit dir selbst zu reden. Du spürst immer seltener die Kraft oder den Willen überhaupt noch mit anderen zu reden. Praktisch bin von außen und von denen jemand deine Welt auf den Kopf stellt, um krasse Veränderungen möglichst schnell herbeizuführen. Der schweigende Einsame ist schwach und unrebellisch. Ja und irgendwann findest du durch Zufall und Recherche heraus, dass du doch nicht alleine bist. Dass es ein weltweites Netzwerk von Leuten gibt, die immer noch glauben, dass nur Blau blau sein kann. Genau wie du das glaubst. Dann bleibst du größtenteils unter diesen Leuten, hast einen sicheren Hafen, wo umarmt, toleriert und gelebt wird, egal was die tiefenveränderte Mehrheit sagt und tut. Ab und zu mal sagst du halt noch mal etwas zu Leuten, die sich haben umherziehen lassen und für die du der Feind bist. Und erinnerst dich kurz daran, dass es Leute wie dich auch noch gibt, die uns selten zu erkennen geben und dass wir alle mal so waren. Denn du weißt ganz genau, Blau ist Blau. Also liebe Leute, das muss jetzt loswerden. Ich schwätze mal auf Schwäbisch. Kann ich auch. Und zwar eine Frage an euch alle. Wenn sie jetzt grün und rot mischen und noch einen Schuss gelb dazu, was entsteht? Für eine Farbe. So, genau, sie hat recht. Und hatten wir nicht schon mal vor 80 Tagen so eine braune Brühe? Wir müssen gucken, dass nicht eine zweite braune Brühe entsteht. Danke. Und jetzt machen wir noch das Abschließlied vom Joe. Und vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich da habt. Denkt dran, nächste Woche die Nummer 150. Der Wolfgang Greulich wird da sein, Tina wird da sein und der Jan Song King wird da sein. Genau. Echt schönen Abend noch. Okay, ja, danke fürs Kommen. Safe to date. Nächste Woche seid ihr alle wieder da. Glas muss da haben. Und das ist von Reinhardtmann. Tschüss, Willi! Der Weg ist ein Schritt nach ewig gestern, ein Schritt zurück, sie das Volk zur Gesamheit und Opfer im Magen, sie nennt es das Volk, aber sie meint, unter Tag und Eisleibern, all das Schleibern ist nicht länger zu ertragen, wenn du lernst zu übersetzen, lass sie wirklich sagen. Du bist der Windfluss, taust den Bischof an, halb du sie tun, ich halb sie an, Leibersau, trägst du die Worte ein, Leibersau, verleicht euch mal an, pass auf, dass du dir deine Fähigkeit nützt, die Feierkost sich hat, wenn du sie nicht nutzt, Leibersau, nehmt dir die Gesichter gut, Leibersau, und über die Hand und Blut, Leibersau. Und sie haben geblut. Du machst das Sternsinn an, sieh immer nach guten alten Werten, in der guten alten Welt, in der guten alten Welt, sieh das immer noch die verkehrten, und die, die da so frohlaut in der Top-Runde strampeln, sind es, die auf allen Werten mit Fissen und Krampeln. Die Medizin, die rund im Zeitungszahlen, die schlimmsten wird klar, als die auf der Welt, der Wunderland, die Rufen, die auf der Welt, der auf der Welt sind in der Welt, die oben noch die Ziffern, die auf der Welt sind. Jeden guten alten Werten, ach der wird mir echt schlicht. Sei wachsam, träg dir die Worte ein. Sei wachsam, voll nicht auf sie herein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit uns sicher, wenn du dich nutzt. Sei wachsam, leck dir die Sicht der Hund. Sei wachsam, du warst dir dann. Sei wachsam, und sei wachsam. Es ist ne riesen Konjunktur für Wattenfinger, für Trittbettfahrer und für Schmiedekunfinger, für Zeit für Selbstgediener und Geschäftemacher, Scheinhelligkeit, Geheuchel und Postengeschacher, und die sind alle auch geschätzt, und hochgelärtet und anerkannt. Und nach den Schlimmsten werden Straßen und Flugplätze benannt. Man packt den Hühnerdieb, die Waffenschieber lässt man laufen. Kein Pfeifchengras, aber der ganze Giftgasverkrieg fängst du hier kaufen. Verreucht die Luft, verstrahl das Land, und traf den größten Schaden. Nur lass dich nicht erwischen, Papa sitzt vor Graben. Man packt den Grünfried, doch das Umweltschwein genießt Vertrauen. und die Polizei muss immer auf den Falschen drauf hauen. Sei bei Zahn, trägt dir die Worte ein, Sei bei Zahn, und fang nicht auf sie ein. Sorg das Stimme, deine Freiheit hat, die Feuer konzt sich ab, denn drüge sie nicht nur, sei bei Zahn, und fang dir die Gesichter ganz, sei bei Zahn, und fang nicht auf sie ein. und fang nicht auf sie ein. Nein, ein Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat garantieren, das hilft, wenn sie nach Lust und Mauer dran manipulieren. Die Schwankmacher legen immer auf an den Friedensmissionen quasseln, und unterm Tisch und in sich mit dem Säbe rasseln. Unten unterm Tisch schmieren sie geheime Verträge. Doch, was wäre denn auf dem Tisch stattdessen, einfach mal, die Wahrheit läge, der alte Glanz in ihren Augen, beim großen Zapfenstreich, Abteilung kehrt, ab Reich mit Marsch, ein Lied und heim ins Reich. Oh, wie wir uns auch von diesem Land gewaltig gehen, wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen, ein humanitärer Tisch, und ganz ohne Blut vergießen, kaum Ansätze sind, jetzt nicht mehr ganz so auszuschließen. Wir ziehen uns immer tiefer rein, Stück für Stück, und seit heute früh um fünf Uhr schießen wir wieder zurück. Sei bei Zahn, häng dir die Worte ein, sei wachsam, trei mich durch den Wein, weiß auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit muss sich ab, wenn du sie nicht nutzt, sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, und bewahr dir deinen Hut, sei wachsam, und sei auch der Mut. Ich hab Sehnsucht nach Leuten, die dich nicht betrügen, die hier nicht mit dir auf festreden, die Hücker voll liegen, verschoben mich mit den falschen Ehrlichen, die falschen Ehrlichen, die wahren Gefährlichen. Ich hab Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit, nach einem bisschen Rückgrat in dieser verkrückten Zeit. Doch sag nicht die Wahrheit, von selbst hast du bald nichts mehr zu lachen, seh gar nicht ruhig an, exekutieren und runterkochen, erpressen, verstechen, versuchen dich zu kaufen. Wenn du die Wahrheit sagst, lass draußen den Motor laufen, dann sag sie schnell, sag sie unschneue, wenn das Sprichwort lehrt. Die Wahrheit sagt, du brauchst ein verdammt schnelles Pferd, sei wachsam, krieg dir die Worte ein, sei wachsam, verlieb dich doch sie herein, pass auf, dass du deine Freiheit nützt, die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt, sei wachsam, bekriege dich für gut, sei wachsam, und wie war die Erde nur, sei wachsam, in der Zeit auf den Mund. zum nächsten Mal. Zwei Jahre, bei der Freude haben wir viele der Luft ist schwindig. ервohle, die Leine künftig, betrifft, die Leine des Vos, die Leine des Vos, die Leine des Vos, die Leine des Vos. Vielen Dank.